Ich fiel... H***, gebe ich da wieder Gas! Es ist immer scharfe Dave. Ja, es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Ja, Krigol! Ja, Krigol! Noch 10 Jahre! So, wie ihr es kennt von den Wäckebüren. Einen arbeitet und zwei, drei schauen zu. Die Serie macht es doch nicht alles so. Aber der Krigol macht das sonst das ganze Jahr nicht. So kann man schon einen Tag ein bisschen arbeiten. So wird es Nachtessen verdienen.